Ach, meine Güte. Okay. Schon erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Eine Karawane? Achso, die schaffen immer Zeug zur Brücke. Auch gut. Also immer wenn sie genug Holz haben, schaffen sie es zur Brücke. So, ich habe Truppen, die ich upgraden kann. Also ich tue sie erstmal wieder auffüllen, dann grade ich sie ab. Da sollte es auch ein bisschen uns leichter fallen, die... ...Karawanen... ...Äh, die... ...Kein Problem. ...die Gegend hat die Unten zu vernichten. Mit Vergnügen. Also erstmal hier kaufen. Jetzt aufwerten. Was? Hier auch kaufen. Aufwerten. Ich. Aufwerten, so. Bereit. Schon erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt trotzdem noch mal hinten rum. Schon erledigt. Also ja, das Detail finde ich auch recht nett. Wieder mit der Karawane. Also wir gehen hinten rum zu der Magiequelle, zu der Naturmagiequelle. Dass ich dort einen Geist lassen kann. Auf zum Sieg. Weil das lässt meine Armee ja gerade so gut zu. Äh, nicht Zauberbuch, sondern Spieler. Jetzt kann ich gerade nur die Leichtschwinge noch lernen. Das erhöht die Squall-Geschwindigkeit. Okay. Nee, nicht so wirklich. Nehmen wir erstmal zweimal mehr Mana. Oder als nächstes steigern wir wieder unsere militärischen Fähigkeiten. Schon erledigt. Wobei ich ja auch im Zauberbuch... Oh, die Sachen kosten 750 zum Studieren. Oh, nee, warten wir erstmal noch. Kein Problem. Oh, hi. Bereits zum Kampf. Zum Sieg. Tötet sie alle. Mit vergnügen. Ich. Und nur ich. Und? Was? Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Natürlich. Und? Wird erledigt. So. Immer bereit. Schon erledigt. Habe ich jemanden verloren? Nein, diesmal nicht. Zurück. Wir gehen. Ich. Und nur ich. Wird erledigt. Kein Problem. Wie gesagt, wir wollen mal kurz zu der Naturmagiequelle gehen. Außer ich kann jetzt einfach hier oben hinstellen. Ohne dass was passiert. Aber nee, da ist irgendein Gegner da. Obwohl ich ihn nicht sehe. Ah, ein End bewacht die Quelle. Immer bereit. Wir greifen an. Oh, ein Schwert wurde gedroppt. Was? Schon erledigt. Ich. Auf zum Sieg. Und nur ich. Ja, Sir. Auf zum Sieg. So, der verstärkt jetzt meine Zauber. Ja, regeneriert Mane des Spielers. Ja. Auf zum Sieg. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Okay, getroffene Feinde frieren ein. Ist auch nicht schlecht. Schon erledigt. Was? Und ja, du machst Feuerbälle. Das ist doch interessanter als für die Fessel. Und ja, durch Knotenmeister. Na ja, verdoppelt sogar die... Ähm... Mane Regeneration durch den Knotenpunkt. So, ich kann... Eine militärische Fähigkeit geben. Kann mal wieder speichern. Und dann muss ich jetzt gucken, dass ich die Untoten auf der Seite loswerde. Ich hoffe, da kommen nicht immer wieder neue und es werden immer mehr. Das wäre nämlich unschön. Und schön. Naja, viel mehr gibt's hier eigentlich auch nicht. Ich muss wahrscheinlich die beiden Städte die ganze Zeit vor den Mund. Oder es patrouillieren jetzt Gegner hier auf der Straße umher. Was auch nicht gerade schön ist. Wir greifen an. Wird erledigt. So. Gegner einfrieren. Ist schon mal sehr praktisch. Horden von Untoten wurden nahe der Brücke gesichtet. Wenn sie die Arbeiter stören, werden die Arbeiten für lange Zeit verzögert. Mhm. Ja, das kriegen wir hin. Die sind also zur Brücke aufgebrochen von hier aus. Oh, sind aber schwarze Krieger dabei. Ja, nicht so ganz toll. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. So, dass die Gold dabei haben, ist besser. Aufträge. Haltet die Untoten um die Brücke zurück. Schützt Kornwell. Richtig Verteidigung rund um Kornwell ein, damit die Untoten nicht in die Stadt eindringen können. Während die Einwohner das Holz fräsen. Ja, jetzt muss ich mit denen hier noch reden. Seid gegrüßt, gute Leute. Wie ich sehe, ist ein Unglück über euch hereingebrochen. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Aber sagt mir zuerst, wer die Brücke zerstört hat. Die Menschen von Kornwell haben sie zu Beginn des Krieges eingerissen, um sich vor den Überfällen der hinterhältigen Elfen zu schützen. Nun strömen Skelette und Wehrwölfe, die furchterregender sind als die Elfen aus dem Kaiserreich hierher. Und unser einziger Fluchtweg wurde abgeschnitten. Kann die Brücke wirklich nicht repariert werden? Schließlich wart ihr diejenigen, die sie gebaut haben. Natürlich können wir. Wir brauchen nur das Holz, das sie in Kornwell herstellen. Wir kümmern uns um die Steinblöcke. Gut. Schon erledigt. Wird erledigt. Auf zum Sehen. Das heißt, jetzt gilt es, die Untoten von der Brücke zu entsorgen. Oh, ihr habt einen Soldaten verloren. Wird erledigt. Das können wir ja schnell ändern. Kein Problem. Und da müssen wir halt gucken, dass wir zwischen den Städten hin und her patrouillieren, wahrscheinlich. Wird erledigt. Oh, und wenn wir bei der oberen Stadt dann sind, wahrscheinlich werden dann da auch wieder Untote sein. Sollten wir gut tun, müssen wir auch noch die letzte Truppe aufwerten. Bereit. Schon erledigt. Also ja, Wehrwölfe und ein paar schwarze Krieger. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Wir dienen dem Kaiserreich. Wird erledigt. Ja, auf zum Sieg. Wird erledigt. Genau, hier oben ist jetzt auch Rambazamba. Schon erledigt. Ja, jetzt sollen wir noch die Vista schützen. Kein Problem. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Wird erledigt. Bei der Stadt sterben jetzt gerade die Arbeiter weg. Schon erledigt. Tötet sie alle. Ja. Bereit zum Kampf. So, erstmal muss der Schreckensmagier weg. Ja. 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 Jawohl, Sir. Euch kann ich eigentlich gleich aufwerten. Meine Einheiten werden angegriffen. Oh, jetzt wird auch die Stadt schon wieder angegriffen. Und? Auf zum Sieg. Ja, aber auch wenn's mies ist, wir können jetzt hier... Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Wird erledigt. Unsere Ressourcenverkauf. Schon erledigt. Die wir gerade durch die Arbeiter eingenommen haben. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder da rüber marschieren. Rüber marschieren und dort die Gegner aufmischen. Kein Problem. Kein Problem. Auf zum Sieg. Toll, und da laufen sie auch schon wieder zu. Schon erledigt. Zum Sieg. Zum Sieg. Ja. 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 Also ja, wir können hier schon wieder die Ressourcen verkaufen. Und da müssen wir jetzt schon wieder die Brücke sicher halten. Und da oben sind auch schon wieder Gegner angekommen. Das ist nervig. Auf zum Sieg. Wird erledigt. Also ja, ich glaube, wir müssen erstmal eine Stadt sichern. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Sonst drehen wir uns hier im Kreis gerade. Was? Auf zum Sieg. Also ich beschwere mich nicht über die Erfahrungspunkte, die ich hier gerade kriege. Aber... Was? Schon erledigt. Schon erledigt. Schon erledigt. Wird erledigt. Kein Problem. Die Sache ist wirklich tief. Wir... Die Sache ist wirklich tief. Und das ist ganz schön. Die Sache ist ganz schön. Und ich bin diutage in der Karte. Oder wie ich bin in der Karte.